Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved. Ja, wir haben uns wieder ein bisschen gefangen, ein bisschen ausgerüstet und erkunden hier noch die Farmwelt 1 ein bisschen und leveln voran. Kies, Ton, Gnaton, nehme ich mit. Boah, ist noch ein giftiges Pferd. Boah, schleimiges Pferd. Und sichtbare Pflanzen, gut. So, schön. Viel zum entdecken hier. So, ganz viele Schleims zum killen. Sehr schön. Haben wir noch welche irgendwo? Nehmen wir noch hier das Kies, gut. Ah, diese blöden Algen überall. Die sieht man fast gar nicht. Ich glaube, man sieht sie schon, aber nur hinterseit sie irgendwie so ein bisschen. Hm. Schön. Gut. Dann können wir hier den Baum noch füllen, aber zuerst möchte ich mal ein paar Sachen hier reinlegen. Hä? So. Was ist das nur? Aha. A-B-T-Mod entwickle, mach das anders. So, ich brauche Setzlinge von den Maples, von den A-Horn. So, A-Horn setzen, gut. Noch einen. Hier noch einen, komm. Ich sehe hier keine Krippe, gut. Gut. Ich gebe noch Erfahrung. Schade. Bei den Bienen. Hm. Gut. Also Mappel haben wir hier drei. Gut. Sehr schön. Okay. Wir raten zuerst mal. Gut. Den schwarzen Wolf. Ja, was ist denn das gewesen? Ja, siehst du gut aus, hä? Du siehst aber gut aus. Hast aber viel Zwischenbein. Danke, du auch. Hast auch gut Zwischenbein. Hau ab. Du hast dich in Dampf aufgelöst. Hm. Also, ähm, gehen wir Richtung Berg, hä? Geschmitte. Skolette. Können wir hier noch open, bitte? Ja. Natürlich, hä? Natürlich muss ich mich nach oben kramen. Hey, bist du eine freche Hexe. So was und böse. Nichts getroppt. Die sind aber auch nicht sichtbar gewesen. Vielleicht wegen dem Höhenunterschied. Gut, dass es Tag ist, aber... Was ist das, ein Schaf? Ein Schaf von unten zu es mal kennen... Das ist schwer. Aber es ist ja wegen dem Mäh. Habe ich es dann gleich gemerkt. So. Beinahe ein Tote bei Level 29 sterben. Oh Gott. Schrecklich, gell? Das ist schrecklich. Noch ein Creeper. Hallo? Da bist du. Sodele. Also das ist der Berg. Das ist doch scheinbar nur ein Extremely Hill. Schauen wir mal. Mäppelwoods noch. Hä? War ein Let's Bay schon so weit weg? Ich glaub kaum. Highland. Hallon. Oh, wie ging das Lied vom Highlander? Keine Ahnung. Wieso hakelt das so komisch? Sorry, das ist echt der Tag des Hakels. Das sind nur Bruchsteine. Aber die könnte ich mal mitnehmen. Weil wir ja so wenig Bruchsteine finden wegen dem Antgrampioms-Mod. So. Oh, schaut mal ein Moor. Ich mag Moore hier. Die haben das wirklich schön gemacht solche Moor. So, das ist ja unser Unglücksstein. Darum nehmen wir ihn mit. Der Xylitblock. So ein Kohleersatz. Aha. Ein kleiner See. Gut. Oh, Kohle im Xylitblock. Kohle in der Kohle. Naja. Wie weiß einer, der sich auskennt mit Chemie, also mit Steinen, ob es so ein Xylitblock wirklich als Kohleersatz oder so ist. Könnte wirklich sein. Ah, jetzt am Apple brauche ich schon Schliff. Was? Schliff. Was war das? Schluff. Kein Schiff. Nur ein Schluff. Gut. So, jetzt will ich noch ein paar Sachen wegwerfen. Eine Ratte möchte ich gerne mitnehmen. So, Fuhr glaube ich brauchen wir für irgendwas. Oder ähnliches. So. Okay. Okay. Also, der Rucksack ist ja voll hoffentlich. Ah. Ja, nicht hoffentlich, aber... Ja, das wirst du einfach... Ähm... Nicht widersetzen, wenn der Dach voll ist. Oh, schön. Also, der andere Glampium hat schon was in sich. Ja, ist schon cool. Aber eben so viele Sachen. Kein Cobblestone mehr. Man kann keinen Ofen mehr bauen. Ich habe so lange gesucht nach einem Stein, wo ich einen Ofen machen konnte. Habe keinen gefunden. Und bin dann nach Hause gegangen von der Mobfalle. Bei der Mobfalle war es... Ja, machen wir... Nehmen wir spät noch ein bisschen Leben mit. Ich bin ja sowieso eine... Äh... Habe ja sowieso ein bisschen gefarmt. Also, wir sind in der Taiga noch. Sind wir im River. Und... Boah. So gut. Ich weiß nicht. Ich kenne die Biome langsam. Äh... Haben wir, ähm... Zwei Knochen. Wehe. Du wirst nicht meinen werden. Da. Also, ich nehme jetzt einen Tonic Knochen mit. Irgendwie nochmals... Ähm... Hier reingehen in die... Dingwelt... Farmwelt 1. So. Aber jetzt müssen wir langsam wieder zurück. Wir wollen zum Gletscher zurück. Was brauchen wir nicht, oder? Naja. So. Die mitnehmen. Das ist eins schon gestorben. Ja, Natura... Sollten wir auch mal ein bisschen machen. Aber kennen wir nicht aus damit. Okay. So weit haben wir. Gehen wir mal kurz rein hier. Hier. Nix. Nix. Ja. Runter hier. Da ist nichts. Aber wir kommen bald zum Gletscher. So. Schön für die... Ähm... Decke vom Elfanten. Also, wenn es jetzt Nacht wird, mache ich jetzt mal. Also, man weiß ja. Wieder auf Peaceful. Ähm... Ja, okay. Ein bisschen später. Aber sterben möchte ich da nicht. Kein Bock. Also. Das ist da wieder ein gleiches Biom. Und dann machen wir wieder einmal ein... Pet-Rad da. Hm. Wir könnten hier in die Höhlen gehen und noch ein paar Monsterjacken. Und danach, ähm... Zurück gehen. Wenn wir über 30 sind. Dankeschön. Stieb. Capro. Spinne. So. Jetzt nix mehr. Schade. Gehen wir in eine andere Höhle. Ist noch interessant so ein Gletscher, ne? Da brauchen wir noch eine... Spitzhacke, die... Ding bringt. Eine Behutzung gehört. Ah, wisst ihr was? Weg da. So. Ist mir zu heikel, wenn sie dann zerbricht. Da ist es grösser, ne? Was haben wir hier denn? Hm. Auch eine Sackgasse, ne? Weg nach oben. Seht ihr eigentlich das genug gut? Also ich sehe es relativ gut, aber der YouTube ist ein bisschen dunkler. Ich möchte jetzt hier nicht fackeln. Einfach ein bisschen fackeln verwenden. So. Weiß so ein Leucht... Weiß nicht von welchem Mod das ist, aber... Die Fackeln leuchten mit einem Mod. Das ist so cool. So. Dann gehen wir noch ein bisschen runter. Okay. Okay. Ja. Gott, oh Gott, natürlich. Langsam werden die Kriebel wirklich arglistig böse und... gehen rein. Ja, toll. Danke. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist doof, hä? Das ist doof, hä? Das ist doof. So viel angreifen. Also ich muss mal ein bisschen rausleuchten, hä? Hm. Ich weh gar nicht so tief wieder rein irgendwo. Aber Level Up sind wir immer noch nicht. Ja, ja. Dann gehen wir wieder rauf, hä? Noch kurz hier schauen. Okay, tschüss. Hm. Immer die gleichen, äh, Formationen eisen. Gut, dann leuchten wir aus wieder. Beziehungsweise nutzen nur die Fackel. Und machen das prima, oder? Okay, wir sind Level 30. Es ist dunkel in der... draussen. Nicht in der Nacht. Äh, in der Nacht ist es schon dunkel, klar. Was ist das dort hinten? Welche Taste habe ich jetzt schon wieder gebraucht? Ah, ist da. Was ist das da? Es leuchtet nur, ist so komisch. Da muss ich noch mal hin. Hm. Ähm, Zeit haben wir. Okay, so viel. Ich werde schon länger ein paar machen. Das ist noch lange Zeit, aber... Ich werde noch ein bisschen länger machen. Weil ich es so spannend finde gerade im Moment. Ah, Minecraft ist schon ein gutes Spiel. Auch wenn es noch ein paar Probleme hat, aber... Mojang will doch lieber irgendwelche unnützen Blöcke einbauen, als... Äh, ein gutes Spiel machen. Das muss besser werden. Na ja. Schenkt mir dieses Spiel und ich werde das beste Spiel draus machen. Danke für den Lavaseer, aber den brauche ich nicht. Ich werde alle Entwickler verführen und dann die besten Spiele machen. So. Die Frage ist, was? Ja komm, ein bisschen Spinnens Ding brauchen wir lange nicht. Und die, äh... Das Hasenfleisch, das haben wir ja... Genommen. Bei der letzten Tour. So. Also können wir auch mal wieder ein bisschen rennen, weil wir ja peaceful spielen. Aber es ist wichtig. Schützt den Drago. Eine Petitation zu diesem Let's Play. Er darf nicht sterben. Er stirbt einfach zu viel. Er ist einfach eine kleine Memme. Ein kleiner, unfähiger... Minecraft-Spieler. Der sich noch gut fühlt. Uh. Und sich immer aufregt, dass es Giftpflanzen gibt. Also, da sind Mammuts, da sind Ölfalle. Und Giftpfalle. Da ist die Farm. Das Endportal, also das Portal zurück. Aus der Farm. Da hat es Lava gehabt, unterirdisch. Okay. Hier irgendwie auch ein bisschen. Gut, wir haben es überlebt. So. Da durch. Und dann... Quietsch, quietsch. So. Zurück. Aha. Schön. Also. Was haben wir gesagt? Schwert, Verzaubern mit Haltbarkeit. Genau. Ja, mal kurz Sachen am Lagern. Ja, machen wir... Oh. Machen wir mal das zurück. Ich will jetzt unbedingt... Knochen mitnehmen. So. So. Gut. Ähm. Ähm. Da. 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 Das. Ja, okay. Das nicht. Ähm. Ja, ist ja schwer noch ein paar Sachen auszunehmen. Also. Wir haben das. Hallo. Da haben wir es. Das. Gut. Halbbarkeit. Genau. Ist immer noch... Nemesis der Gliederfuß. Ja. Ist wirklich das Schwächste, habe ich so das Gefühl. Spinnen leicht zu besiegen sind. Seh, so ein Formschwert dann. Na, da haben wir noch Blumen. Ja. Okay. Dann machen wir mal den Rucksack hier hin. Samen rausnehmen. Okay. Ja, die Bären müssen nicht hier sein. Ja, okay. Dann können wir die reintun. Wilde Karotten. Hm. Wilde Karotten können wir dann anpflanzen. So. Ähm. Ich möchte hier noch nichts mehr reintun. Dann da. Hm. Oh je. Das nächste. Ah, noch die dann. Also die mal. Nein. Die. Gut. Dann hier Früchte. Die da. Hm. Ja. So. Machen wir die noch ein. Okay. Die Asche. Die Asche muss ich vorne hintun. So. So. Gut. Also. Dann machen wir den Rucksack wieder hin. Hier. So. Die hier. Oh. 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 So. Okay. So. Die noch rein. Die Asche noch hier. So. So. Na gut. Dann hier mal. Na. Das ist immer so schwer. Ja. Ich werde einmal dann noch ähm. Entrio und so mal studieren. Nein. Eisenbahn. Elektrische Stahl. Das ist Entrio. Hm. So. Okay. Also. Dann haben wir Waffen. So. Gut. Ähm. Jetzt haben wir doch irgendwo hier. Die Blumen und die Farben reingetan. Machen wir die hier. So. Die pflanzen wir an. Okay. Ähm. Machen wir hier her einen. So. Hier. Hier. Und dort drüben. So. So. Also. Sehst du eigentlich hier? Gebüsch. Äh. Efeat 6. Hm. Also. Dann haben wir hier ein paar. Lapis Lazuli. So. Du gehst hier rein. Und du hier rein. und ähm. So. Genau. Und. Den hier. Also. Okay. Wir haben ein Schwert, das ja wenigstens haltbar ist. Und. Ähm. Ja gut. Wir sind jetzt noch nicht so weit gekommen. Wir brauchen noch viel mehr Level. Wir finden keine. Mobfalle. Wir finden keine. Ähm. Irgendwas, was wir leveln können. Wir müssen nehmen die spinnen. Aber das ist halt ein bisschen nervig, weil wir immer getroffen werden. Ja. So. Die Schafe müssen wir dann bald nicht mehr zähmen. Aber ich möchte sie schon noch wissen. Ha. Kühe müssen wir zähmen natürlich. So. Geht hier zusammen. Die zwei zusammen. Ja. Schön. Hier habe ich noch ein paar Blumen gesetzt, damit es ein bisschen schöner aussieht hier drin. Ähm. Die zwei. Zwei. Wir haben wenig Hühner. Wieso haben wir so wenig Hühner? Sich so schlecht züchten lassen. Da sind noch zwei. So. Und die zwei noch. Gut. Haben wir alle. Okay. Ja, ich denke schon. Das ist ein Schaf. Okay, dann haben wir alle. Nein, hier. Okay. So. Ich möchte jetzt noch ein paar Schafe färben. Dazu müssen wir noch, ähm. Bisschen Farbe haben. Äh. Wo ist das schon wieder? Wo haben wir die vielen? Hm. Dann müssen wir die Städte dann mitnehmen, wenn wir das ausgelagert haben. Nein, das macht dann nicht in der Aufnahme. Da sind die vielen. So. Ähm. So. So. Die nehme ich mit natürlich. Gut. Ja. Weiße Wolle brauchen wir eigentlich nicht. Dann können wir schon so viele nehmen. so. Dankeschön. Dankeschön. Also, dann färben wir mal. Können wir auch Orange haben, dann wenn wir mal falsch sortieren, ähm, züchten. So. So. Die da. Gut. Dankeschön. Sieht schon ein bisschen wunder aus. Wir sind sowas von Tierquäler. Ist mir egal, wenn man Tiere erfärbt. Dann hat das doch einen Grund, oder? Die Bauern machen auch Punkte drauf, wenn sie wollen, dass sie geschlachtet werden oder sonst irgendwas. Also bitte. So, also. Ja, dann können wir noch ein paar, ähm, Weizen ernten. Gut. Ja, ich denke der Part ist jetzt schon länger als ich wollte. 30 Minuten wollte hier also. Naja. Ist doch toll, ein bisschen länger zu machen, oder? So. Huhn. Geh du am besten. Komm du schnell mit. Geh du in die Falle. Wehe, du gehst nicht in die Falle. Okay, du bist kein Weizenvieh. Du bist ein Kornvieh. Aber trotzdem. Ich hätte gerne dich da. So. Einfach nur hier. Dankeschön. Da hat's aber jetzt Tiere, hä? Wenn ich jetzt die hier anlocke, gehen die da rein. Das nimmt mich nach unten, hä? Ja, kommt, 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 kommt. Schnell, schnell, schnell. Irgendwas muss doch für was, was gut sein. Ach, Menno. Ja, dann haut ab. Gut. Schön. Also, das war's mit dem Part. Dankeschön fürs Zuschauen, fürs aufmerksam Zuschauen. Und, ähm, wenn es euch gefallen hat, da lasst es mich wissen. Mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar. Ein bisschen Lob und, ähm, ja. Ja, das ist unser Haus schon mal. Wir beginnen bald, gell? Sagt, schreibt in die Kommentare, ihr wollt unbedingt das Haus sehen, wie ich's baue. Und ein gutes, schönes Haus sehen. Naja. Dankeschön und auf Wiedersehen, euer Drago. Bye. Ich lasse, ja, es ist unser Haus. Wir haben hier einen Vorsitz, die beim Wunschung des Vorderges, auf einmal die Nicht-Junschung des Vorderges. Das ist unser Haus, wir haben hier ja nicht zu Hause.